hallo und herzlich willkommen zur weiteren folge von ls 22 hier im studio mein name ist master schruder und ich habe gerade das welt fertig abgeamtet nicht wir sehen bestellt so punkt und fahr jetzt zurück zu meiner farm und zum hauptteil meiner farm und dann holen wir die als zweite sehmaschine mit der wir dann hirse sehen können oder kann ich bitte auch so sehen habe ich gar nicht nachgeguckt sonnenblumen kann ich nicht so noch zucker rüben so gut dann müssen wir die andere her holen aber kommen wir denn oder beziehungsweise was ich noch am wochenende gemacht habe ich gar nicht erzählt ich habe klags ins farm geguckt da kam ja nun am freitag glaube ich ja freitag war das glaube ich kam klags ins farm die zweite staffel den zweiten und ich muss ehrlich sagen richtig gut wieder also wer sowas gucken möchte oder wer sag ich mal so landwirtschaft sachen sich gerne anguckt klags ins farm ja predikat sehr sehenswert wertvoll und eigentlich fast sein ein muss für alle die so in landwirtschaft interessiert sind die auch landwirtschaftsflüge mal gucken oder sowas in der art sind die andere sehmaschine ich ziehe erwartet irgendwo die wieder abgestellt ne gut gucken wir mal weiter wo ich in die jetzt versteckt mit hier noch mal bis auf keinen fall ob ich in die sehmaschine versteckt da steht sie doch oder nicht steht sie auch neben dem anhänger blind ist er wie ein fisch da neben dem grünen anhänger ist sicherlich müssen grünen anhänger sind die sehmaschine nicht mann 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 achi so gut aber kommen wir zu klags ins farm was gibt es zu sagen also erstens wer die erste staffel nicht geguckt hat gucken zweitens so ich muss auch gut nachladen und ob das züngemittel ausreicht das wissen wir auch nicht naja wenn wir sehen so zweitens wer die zweite stand noch nicht aber die erste guckt hat die zweite gucken unbedingt wirklich also so und ich fand einfach den anfang von der ersten staffel fand ich ja schon so schön wo einfach gesagt hat pass auf wir ich hatte ja meine ländereien also wusste ich dass es so viele ländereien besitzt wer jeremy clucks nicht kennen ist jetzt auch erstmal nicht mehr der wild lernt er dort kennen und wie gesagt die erste staffel alleine nur also das ist jetzt wer es noch nicht gehockt hat vielleicht kurz weg holt das ende der ganzen sache mit dem wo er dann sagt wie viel geld er denn eigentlich wirklich damit gemacht hat und wie traurig das eigentlich ist dass er für menschen halt eben die landwirtschaft arbeiten und das ist halt dem los und über förderung geht dass er überhaupt irgendwer von nehmen kann geschafft halt eine gewisse awareness dafür was landwirte leisten bei dem job den sie tun das finde ich gut dass das gezeigt wird dass es auch offen gezeigt wird und dass dort halt die menschen dann vielleicht auch erkennen wie viel wert zum landwirt hat und dann ist durch die wertschätzung natürlich auch an der einen oder anderen stelle vielleicht den ein oder anderen euro mehr ausgeben um dann nahrungsmittel zu kaufen mhm bedeutet wenn man da denn direkt kaufen machen kann weil dann halt im 23 zwischenhändler die dran verdienen dem produkt nicht mit dabei sind und erst theoretisch zum gleichen preis anbieten kann aber viel mehr davon hat so das muss man ja dann mal so sagen und sehen so ist das ja dann auch der hat ja eindeutig wesentlich mehr davon dass direkt verkaufen kann nun ist natürlich nicht bei jedem was ist jetzt los ich sitze gar nicht im traktor meine herren ich wundere mich gerade warum das nicht geht ich sitze gar nicht im traktor nun ist natürlich bei jedem ich kann verstehen wenn einer sagt so ja ich kann es mir halt wirklich nicht leisten ich muss beim discounter einkaufen gehen und muss gucken dass ich dann da ist jetzt einfach so nicht jeder verdient genügend geld dafür oder beziehungsweise verdient das was er wirklich verdient hat auch naja deswegen direkt vermarktung immer wichtig und das wird jetzt in der zweiten staffel natürlich auch sehr stark kommt es zum tragen da dort thematisiert wird und da wird thematisiert was der brexit gemacht hat mit der landwirtschaft in in der uhr in in großbritannien denn die haben dadurch richtig oder kommen dadurch richtig ins schwimmen weil sie die vielen fördermittel die vorher von der eu kamen nicht mehr bekommen klingt jetzt merkwürdig ist halt wirklich so und das liegt mitunter daran dass gesetze die sonst eu weit galten für landwirte bei bestimmten sachen wo es entschädigung gab oder sonst irgendwas die sind in in großbritannien halte ich ins recht mit rüber gegangen die sind halt eben einfach nicht endgültig geklärt gesetzlich geklärt und dann steht der land wird da und muss dann irgendwelche sachen machen und muss dann eventuell seine tiere wegen irgendeiner krankheit oder sonst irgendwas töten lassen und kriegt keine entschädigung weil das entschädigungsgesetz war eu gesetz und das gibt es nicht mehr so und wenn du dann landwirt bist und dir eventuell großteil deines dann ist ja sagen wir mal einkommens beziehungsweise deine 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 tiere deines bestandes wie jetzt wenn bei uns hier auf dem hof jetzt da einer hinkommen würde und würde einfach sagen ja von 99 von deinem was haben wir wie ich meine haben und 90 nie haben wir dann sind 270 meine haben im stall von den 270 schwein muss jetzt mal einfach 200 töten muss aber kein geld dafür immer das wird sie im spiel klar es wird ganz andere als die richtige welt aber es würde mich trotzdem nerven wenn das einfach passieren würde wenn der 200 schweine mal aus einem stall verschwunden sind für nichts nichts weil und keine entschädigung kein kein gar nichts gibt dafür vernichten das urteil für viele landwirte dort und das ist das wo quasi die serie noch ansetzt und wo sie denn halt die erwähne schafft und das ist voll zu sehen wir dann hat den gelernt wir dinge macht ja okay dass er auch blödsinn macht irgendwas sei dahingestellt das war vielleicht im winter auch mit seinen ansichten was aber diese werden dass sie dafür geschaffen wird einfach wunderbar sehr schön unbedingt sehenswert wer sie noch nicht gesehen hat sollte das unbedingt nachholen kann ich nur sagen wie du bist um tierzucht geht ein bisschen umfeld wobei jetzt diese ganze flügerei nicht so ganz gegeben dass er macht auch lustige dinge und es geht halt auch darum wie er seine direktvermarktung besser ja händeln können wie es besser wird wie und welche steine dort durchaus auch landwirten in den weg gelegt werden können und was ist das problem dass das ist ein problem was er persönlichkeit hat erstens ist eine berühmte zweitens ist ja nicht unumstritten als berühmtheit nur weil macht hat blödsinn und drittens hat die gemeinden natürlich dadurch dass jetzt jeder weiß wo er wohnt ein doch recht erhöhtes verkehrsaufkommen und seinen laden dadurch halt auch eine hohe frequenz an an fans die einfach vorbeikommen die dann einfach sagen so ja ich bin bin fan ich wollte mir hierher kommen neben auch eine schale irgendwelche sachen mit aber wenigstens also ich bin eigentlich nur hier weil wegen charme klagsen wobei sich andere dafür bedanken also andere bauern die bei jedem shop sachen mit verkaufen die bedanken sich natürlich auch bei ihm gerade weil er mit seiner bekanntheit und anzieht die dann halt dort waren kaufen ja aber er hat halt das problem das sind halt die die leute die im stadtrat sitzen und das wird dort sehr deutlich dass die leute die im stadtrat sitzen ihn nicht unbedingt mögen oder dann weil er sagen wir mal er hat ja irgendwann mal seine bilder gesprengt und was nicht das und das merken und das lassen die ihm dann halt eben genau daran er merken dass er denn er will bauern ausstellen und wenn die hürden halt ein bisschen höher gelegt um den bauern durchzukriegen und das sind das bin ich also das so zu sehen klar ist es sicherlich alles pro jeremy ein bisschen auch geschnitten gekattet und so waren sachen erfährst du vielleicht nicht vielleicht wissen musste um das große ganze zu sehen immer so du guckst es halt aus seiner sicht und er gibt nachher am ende das frei was gesendet wird und er sagt am ende und das und das und dann andere lassen wir zum tisch fallen vollkommen klar vollkommen logisch und man sollte natürlich bei seiner meinungsbildung gerade auch bei sowas vielleicht beide seiten einmal hören die so oder die leute so entschieden haben oder wer auf welcher grundlage sie da so entschieden haben aber da wird es halt ihm schon so nahe gestellt dass es denn mehr oder minder dann darum geht weil er halt jeremy glaxen ist und da so ein bisschen dann gezeigt wird hier kann nicht jeder machen was er will ist ja auch wichtig darf nicht jeder machen was er will aber da naja war schon eigenartig bei manchen situation ja also sehr gute serie wunderbar anzuschauen ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt ich habe an vielen stellen wirklich auch laut gelacht liegt aber daran dass ich den humor mit ihm teile also das ist so die diese in diesen trockenen vielleicht auch ein bisschen derben humor das ging ganz gerne habe und deswegen habe ich an vielen ständen auch gelacht und manchmal auch über seine unbeholfenheit halt in bestimmten sachen wie er dann an sachen rangeht naja aber schön sehr gut das wollte ich noch mal los werden also da habe ich ein wenig würde ich sogar sagen da würde ich sogar unengerdlich werbung machen weil ich ganz gerne eigentlich auch möchte dass vielleicht mehr als nur drei staffeln gibt es das wird vielleicht von amazon auch weiter geführt wird wenn auch nicht mehr mit jeremy als hauptperson weil er ja sagen wir mal die sachen mit megan und so das war halt nicht so gut aber da wenn und da ist amazon einfach auch wirklich ein konzern dienst wirklich auf zahlen ankommt auf geld ankommt auch zuschauer ankommt und wenn wir sehen dass er an seiner zuschauerschaft nichts verloren hat das sind immer noch genauso viele leute zieht denke ich mal wird ein konzern der einfach nur auf geld guckt moral moral sein lassen und dann lieber geld nehmen so wie es fast jeder große konzern macht gibt es jetzt auch ein schönes video vom parabelritter mal wieder dann gucke ich ja auch ab und zu zum thema nestle wo man dann auch so sagt so ja eigentlich lässt du kannst du nicht unterstützen kein service deswegen war auch der aufschreibe anker kraut damals so groß wobei ich damals auch gesagt habe so ja leute was was erwartet ihr das ist ein unternehmen was erfolg hat was viel erfolg hat was erfolg hat durch den namen oder durch das image was sie mit verkaufen und es gibt ein unternehmen was ein ganz mieses image hat aber gerne ein gutes image hätte und was genügend geld hat die firma zu kaufen und da kannst du ich sag mal den besitzern jetzt von zum beispiel von anker kraut ich mache den keinen vorwurf wenn man moralisch standfest ist oder man sich einfach sagt ja nie ich mache das aus überzeugung und ich will hier nicht und hier und da aber bekommst du jeder mensch ist käuflich hat man bestimmten summe das ist auch fakt bekommst du summe x gesagt und dann ja also jeder der werbung macht für irgendwas hat sich bezahlen lassen dafür muss man immer wissen und auch dann weiß man auch der kriegt geld dafür dass zum beispiel jetzt so manche influenza der mir dann erzählt dass weifu was tolles mehr das erzählt ihr mir weil die dem dafür geld geben das erzählte mir nicht weil er voller überzeugung von dem zeug ist oder sonst irgendwas mag sein dass er davon überzeugt ist aber in erster linie hat er dafür geld gekriegt und wie gesagt für mir jetzt meiner minimalen reichwerte wird mir kein geld geben dafür wenn ich über der wiener oder über der ziel oder sonstiges was ich mittlerweile kriege es ab und zu mal im netz von den gedrinnen ist von einem spiel was mich semi bis gar nicht interessiert oder was für mich jetzt nicht in das passt was ich gerne spielen würde oder was ich jetzt euch zeigen wollen würde eins habe ich was ich gerne zeigen wollen würde aber ich komme einfach nicht dazu das wirklich so in ruhe für mich aufzunehmen oder für euch aufzunehmen dass ich das dann machen kann es sind halt ein paar mehr hochzeiten momentan auf die montanz und da wird das hinten rüber so ist halt einfach so aber ja und deswegen kann ich mir auch vorstellen dass ein konzern wie der sich amazon nennt oder auch google oder ähnliches meter und alles die dahinter stehen die würden das machen und genauso hat sich auch dann einfach den die unternehmer von von ankerkraut die haben eine so eine summe genannt gekriegt für ihr unternehmen wo die dann sagen so ja okay wenn wir das jetzt zu kriegen dann ist uns alles scheißegal und dann verkaufen das ding jetzt an an nestle und dann ist es los und weg und den kann es ja auch egal sein es gibt einmal ein shitstorm rattert einmal der blätterwald durch dann wird dann negativ darüber berichtet gut ich verstehe dann auch nicht die leute die den dann schicken wo sie auch gab das sind den 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 besitzern von dem unternehmen irgendwelche gewaltandrohungen jeglicher art gesendet werden es ist bitte nie jetzt sind menschen menschen wollen eine gewisse sicherheit haben die größte sicherheit die du momentan haben kannst ist dass wir nur viel geld hast weil dann hast du die sicherheit dass du dir jederzeit alles das leisten kannst was du dir kaufen möchtest du kannst dir sicherheit kaufen mittlerweile ist es soweit dass du dir gesundheit kaufen kannst baut das amerikanische gesundheitssystem und dann ist es halt dann wie gesagt wenn mir einer jetzt hier sagt ich kaufe dir denn das und das ab unter chrisse zwei millionen führen auch wenn ich das überhaupt nicht vertreten würde und das moralisch komplett daneben werden würde ich sagen ja hier zwei millionen brauche von mir aus ich habe ausgedient weil ist ja mal so wenn ich jetzt so zwei millionen irgendwie hätte als kapital dann wäre ich durch bis zu meiner rente wenn ich dann könnte ich einfach ganz normal ich müsste nicht mehr arbeiten gehen ich könnte einfach irgendwo ein haus hinbauen und könnte von 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 dem geld leben weil das geld erzeugt mehr geld und das was uns erzeugt an mehr geld das könnte ich einfach nutzen für mein täglich brot mein täglich computer spielen mein täglich alles und ich müsste mich anstrengen dass es los werde und deswegen ja also falls irgendjemand irgendjemanden kennt der mir zwei millionen geben will damit ich mit allem aufhören was ich hier mache bitte immer los mit mir zwei millionen gerne reicht mir dann und bin ich durch in meinem leben ist halt einfach so ich keine ahnung ich habe keinen bauernhof kaufen küste am wahrscheinlichsten nord und ostsee ist mir auf fast noch egal obwohl natürlich dann dann ja ostsee glaube ich weil es wasser nicht so weit weg abbaut was halten ist nur eine keine was gar keine tine bisschen ist aber was hat keine flut großartig das hat immer wasser vor der tür meeresrauschen hören lecker fischbrötchen essen naja ist das cool ja doch nö das war schon cool das wäre schon ja und so haben sie leute von anker kraut gemacht es wird immer wieder unternehmen geben in große konzerne gehen oder große konzerne einfach mit dem dicken koffer mit dem dicken geld kommt dann ist es weg der laden das image wird verkauft die leute haben aber ja auskommen bis sie bis ans ende ihrer tage vielleicht haben sie sogar wenn sie jetzt noch an die die haben ich glaube die von anker kraut ich habe glaube ich die familie also kinder unseren blödsinn alles noch dazu um so ein mist muss ich mich kümmern also ich muss nur noch dafür sorgen dass ich durchkomme ich habe jetzt keinen der mir nachkommt ich will auch kein der mir nachkommt hart wie es klingt aber nein möchte ich nicht möchte keine kinder haben dafür bezahle ich mehr pflegeversicherung das ist halt einfach so man was ändert es und deswegen ich muss nur noch mich durchkriegen beißig ins gras bei jetzt beißig ins gras ich hoffe nur dass ich bis dahin weiß ich nicht ich möchte es nicht beschreien aber look überlebt habe und ja genau dass ich halt eben kein haus in dem moment noch zurücklasse oder sonst irgendwas ich glaube das wäre das einzige wofür ich dann sorgen würde das sind falls ich irgendwelche tiere habe dass wir diese tiere anständig gesorgt wird dann noch bis die dann ihren lebensamt erreicht haben weil die lebensende war ansonsten ich muss mir nichts kümmern ja naja gut ist es sehr egoistisch das muss ich zugeben den vorwurfen muss ich mir auch gefallen lassen und der ist korrekt wenn jetzt jemand sagt dass die ansicht ist sehr egoistisch du bist da einfach nur wer will es einfach nur für dich sozusagen den besten schnitt daraus haben und dich kümmert links und ja genau das ist der moment oder das ist der einzige moment wo ich wirklich sehr egoistisch bin und einfach sage das will ich so und fertig bei allen anderen bin ich glaube ich recht allgemein bedacht und möchte auch ganz gerne das ist man meinem umfeld besser geht als mir aber da in der situation da bin ich höre ich einfach so kinder gibt es nicht will ich nicht wer kinder will bitte gerne aber ohne mich muss doch mal eine beziehung alles schon hinter mir aber ist dann halt so punkt gut ja da sind wir sozusagen von einer serie die so ein bisschen das leben auf einer farm zeigt zum kinder kriegen gekommen wer weiß wie das wieder ging aber manchmal geht's querbeet durch das gemüsebank durch den gemüsegarten und wenn man bei der schild hier ist dann wird scharf also was ein dummes zeug egal ich wollte nur noch zeit überbrücken bis dieses feldpferde hier ist und mir eigentlich auch nicht klappt mal alles zusammen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ich glaube ich muss noch anheben und ja mir bleibt nichts weiter zu sagen wir sehen uns morgen wieder wenn ich dann weiter bis denn tschüss